Was ist das, was wir erfahren haben, als wir erfahren haben, dass, wie gesagt, das sogenannte nationale Wien hier einen Aufmarsch macht, war es für uns selbstverständlich, dass wir das nicht dulden werden. Wie gesagt, 14 Jahre nach dem Krieg, dass die ehemaligen Nazis hier Tarnung Schillerfeier wieder in Erscheinung treten. Das war für uns, besonders für uns ehemalige KZ-Häftlinge, unerträglich.